Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu NumPy. Heute mit dem Slicen der Arrays in NumPy. Wir haben hier dieses Temp Array gebaut aus der Temp Liste hier oben und können nun hier ein NumPy Array draus bauen. Und jetzt wollen wir vielleicht nicht alle Elemente haben und mit denen weiterarbeiten, sondern wir wollen uns nur explizit manche Elemente raussuchen. Das können wir ohne Probleme machen, indem wir hier tatsächlich genauso slicen wie bei einer Liste auch. Dazu mal ganz kurz der Vergleich zwischen Temp und NPTemp. Das heißt, wir kopieren uns das einfach mal hier runter und vergleichen die beiden mal. So, und ja, wir kennen das Ganze schon, wenn wir hier von 0 machen, dann kriegen wir natürlich das erste Element in unserer Liste bzw. in unserem Array. Kein großes Geheimnis. Wir können natürlich auch von 1 machen und so weiter und so fort. Wir können aber auch ein zu hohes Element auswählen, zum Beispiel von 100. Wir haben keine 100 oder keine 101 Elemente in der Liste. Deswegen bekommen wir natürlich hier einen Listindex out of range bzw. wenn wir das nur bei unserem Array machen, bekommen wir einen, hier ein Index 100 ist out of bounds, also ein Index Error für NumPy. Das ist ein anderer Error, aber im Endeffekt bedeutet er natürlich genau dasselbe. So, slicen bedeutet jetzt allerdings, ich kann mir auswählen, von wo bis wo ich eine Liste haben möchte. Das heißt, ich muss nicht jedes Element in dieser Liste haben, sondern eben nur manche. Das bedeutet, ich kann hierher gehen und sagen, ich möchte gerne das erste Element haben und ich möchte bis zum fünften Element oder bis zum siebten Element zum Beispiel gehen. Das kann ich natürlich hier auch unten im NumPyArray machen. Und es geht genau gleich, das ist ja das Intuitive und Tolle dabei. Aber seht hier, dass ich tatsächlich hier unten noch ein NumPyArray habe im Vergleich zu der Liste oben drüber. Hier sieht man die Kommazahl, hier unten sieht man sie eben nicht. Das ist das Besondere. Ihr könnt dieselben Operationen benutzen, aber sie funktionieren halt in NumPy drin. Das heißt, die sind alle separat implementiert worden. So, ihr könnt jetzt auch hierher gehen und sagen, okay, ich möchte aber nicht jedes Element haben, sondern nur zum Beispiel jedes zweite oder jedes dritte Element. Das bedeutet, ihr könnt hierher gehen und sagen Doppelpunkt 2 und dann habt ihr hier mit dieser letzten Zahl, also Achtung, das hier vorne sind sozusagen von wo bis wo und das hier hinten ist die Schrittweit. Und das funktioniert tatsächlich auch in Listen, auch wenn das viele gar nicht kennen und wir bekommen hier im Endeffekt die Minus 1,2, 2,1, 18,2. Warum kriegen wir die? Nun, das ist das nullte Element, das wollen wir so oder so nicht haben. Wir fangen erst hier an. Okay, wir fangen bei Minus 1,2 an und gehen bis zu unserem siebten Element. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir gehen also bis Nummer 12, aber die 12 ist nicht mehr inklusiv. Das heißt, wir haben noch die 24 hier drin. Das heißt, wir nehmen uns diese sechs Elemente hier mit. So, und von denen wollen wir jetzt jedes zweite Element haben. Das heißt, das hier, das nicht, das hier, das nicht, das hier. Und das wieder nicht und dann sind wir schon fertig. Und dementsprechend kommen natürlich genau diese drei Elemente zustande, die wir hier auch sehen können. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn ihr, vielleicht kennt ihr diesen geilen Trick auch, und zwar, wenn ihr hier Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus 1 eingebt. Was passiert dann? Nun, wir bekommen die Liste allerdings andersrum. Das heißt, wir gehen sie von hinten nach vorne durch. Also 13, 12, 24, 0 und so weiter und so fort. Wir gehen quasi die Liste von hinten nach vorne durch. Und warum passiert das? Naja, wir haben hier quasi gesagt, wir hätten ganz gerne die Liste von Anfang bis Ende. Egal, was Ende ist. Wenn ihr nichts angebt, dann ist das ein Ende. Das heißt, ihr müsst diese einzelnen Zahlen gar nicht angeben. Von Anfang bis Ende durch, aber mit einer Schrittweite von Minus 1. Schrittweite von Minus 1 bedeutet, wir gehen von hinten nach vorne. Und natürlich, die Schrittweite kann nicht 0 sein, sonst hätten wir eine unendliche Liste mit immer nur einem Element. Wir würden niemals zum Ende kommen. Das heißt, 0 ist nicht erlaubt. 1 wäre ganz normal die Standardliste. Da könnt ihr es auch einfach weglassen. 1 ist der Standard hier. Und Minus 1 ist quasi von hinten nach vorne. Und deswegen funktioniert dieser Trick auch. Das könnte ich hier auch wunderbar bei dem NumPy Array hier unten anwenden. Und dann einfach sagen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus 1. Dann bekommt ihr natürlich auch hier wieder die andersrumme Liste. Also die quasi verkehrtrumme Liste. Okay. Okay, der Witz ist ja, wenn wir das jetzt so machen, dann bringt uns das nicht wirklich irgendein Vorteil gegenüber den normalen Listen. Es muss ja noch irgendwas Besonderes bei NumPy geben. Und genau das gibt es natürlich auch für die etwas komplexeren NumPy Arrays. Deswegen schnappen wir uns jetzt mal hier zum Beispiel dieses wunderschöne Array hier, das eine Shape von, Achtung, eine Shape von 2, 3, 6 hat und den Typ Float 64. Jetzt wissen wir mittlerweile, was das genau heißt. Das ist immer noch nichts besonders Kompliziertes. Aber jetzt möchte ich da irgendwie besonders drauf zugreifen. Ich möchte natürlich nicht alles hierbei auswählen, sondern eben vielleicht nur manche Teile. Und das können wir tatsächlich so machen. Ich mache das jetzt hier tatsächlich nochmal ein bisschen größer, damit es noch ein bisschen bedeutender wird. Und zwar haben wir jetzt hier ein, Achtung, 4, 3, 6 Array. Und darauf wollen wir jetzt zugreifen. So, das heißt, was machen wir? Nun, wenn wir auf ein Array zugreifen in NumPy, können wir mit genau so einem Array auch die Zugriffe regeln. Was bedeutet das? Naja, wir können hier tatsächlich sagen, welche Zeilen und welche Spalten wir eigentlich auswählen wollen. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir können ja uns dieses Ding hier so vorstellen, als wäre es eine Matrix. Und, naja, jedes Element dieser Matrix ist halt eine Liste. Aber eigentlich ist es nur eine Matrix. Fangen wir doch mal damit an. Also eigentlich ein zweidimensionales Array, das eben in jedem Element eine Liste hat. Völlig egal. Okay, jetzt, wie greifen wir da drauf zu? Naja, wir sagen einfach, wir hätten ganz gerne genau dieses NP-Temp-Array von den jeweiligen Spalten und Zeilen, beziehungsweise zuerst Zeilen und dann Spalten, die wir gerne hätten. Also zum Beispiel, naja, Zeilen. Ups, das war verschrieben. Sorry. Zeilen und Spalten. Oder zu Englisch, Row oder Rows und Columns. So, und jetzt möchte ich hier nur manche dieser Zeilen, beziehungsweise manche dieser Spalten auswählen. Und dazu mache ich mal folgendes. Wir machen uns hier ein neues Rows-Element, was auch ein NP-Array-Typ hat. Und wir sagen hier jetzt, welche Zeilen wir eigentlich auswählen wollen. Wir fangen mal an mit diesem Element hier. So, wir haben eine Liste und diese Liste besteht aus zwei Listen. Zwei Listen. Und in jeder dieser Liste sagen wir, wir hätten ganz gerne 0,0 und wir hätten ganz gerne zum Beispiel 2,2. Okay. Jetzt bauen wir uns das allerdings nicht als ganz normalen Typen, sondern wir sagen, wir hätten ganz gerne den D-Type np.intp. Das ist genau dafür da. Das sind genau Integer, die extra fürs Indexen gemacht wurden. Also deswegen intp. Deswegen kanntet ihr die bisher auch noch nicht. Ich habe euch ja sehr, sehr viel schon zu Data-Types gesagt. Okay, jetzt wollen wir aber genau dasselbe hier noch für die Spalten machen. Und genau das machen wir hier auch. Wir sagen hier Columns und zwar np.array und wir wählen hier mal die 0,2,0,2 aus. So, dann jetzt greifen wir hier auf Rows und Columns zu. Allerdings nicht ganz so, sondern mit einem Komma dazwischen. Und wählen uns jetzt genau das aus, was wir eigentlich hier haben wollen. Was haben wir jetzt hier gemacht? Oh, oh, was ist passiert? Nun, achtet darauf, wir haben immer noch eine dreidimensionale Liste sozusagen. Das heißt, wir haben immer noch die Shape, die wir davor hatten, nur nicht mehr ganz die Länge. Also fast die Shape von davor. Das heißt, wir haben hier zwei Elemente zweimal ausgewählt. Wir haben einmal das hier ausgewählt und wir haben einmal das hier ausgewählt. Und dann haben wir das und das ausgewählt. Die stecken jeweils in einer Liste drin und das Gesamte steckt nochmal in einer Liste drin. Das heißt, wir haben uns im Endeffekt von dieser gesamten Liste hier einige Elemente ausgewählt. So, jetzt machen wir mal ganz kurz den Test. Und zwar verändere ich hier jetzt mal gezielt die Werte, die wir hier erwarten würden. Ich mache mal hier den hier, damit es einigermaßen nesbar ist. Und zwar, wir sagen hier, wir hätten ganz gerne die Zeile 0, 0 und die Zeile 2, 2. Wir hätten ganz gerne also zweimal die Zeile 0 und zweimal die Zeile 2. Okay, was bedeutet das? Naja, wir hätten ganz gerne einmal dieses Ding hier, also die Zeile 0. Und dann hätten wir ganz gerne nochmal 0. Dann hätten wir ganz gerne 2 und wir hätten ganz gerne nochmal 2. Die anderen ignorieren wir. Okay, die Spalte, die wir ganz gerne hätten, ist 0, 2, 0, 2. Also, was machen wir wahrscheinlich? Wir nehmen 0 und 2. Und dann hier, das überspringen wir, weil wir die Row nicht genannt haben. Und dann hier nochmal 0 und 2. Alles klar, dann lasst mich mal ganz kurz die Werte so ändern, dass wir hier wissen, von was wir eigentlich reden. Und haben hier diese Werte, 42.337 und hier haben wir natürlich 43.338. Okay, so und jetzt sehen wir, aha, das war nicht ganz das, was wir erwarten würden. Warum wird jetzt hier das angezeigt? Also, die Zahlen sind immer noch dieselben. Wir hätten es aber ganz gerne nicht in der wissenschaftlichen Schreibweise, weil 1 mal 10 hoch 1 ist jetzt nicht gerade das, was man erwarten würde. Ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze so hinschreiben. Ich wollte euch das eigentlich erst später zeigen. Aber gut, es geht. Und zwar, wenn wir hier, ups, wenn wir Set Print Options setzen und zwar Suppress ist gleich True. Dann wird diese Schreibweise nicht gewählt und das ist jetzt für unseren Fall gerade irgendwie hilfreich, ja. So, und wir sehen einmal, okay, wir haben 42, wir haben 1337, das ist das Element und das Element. Und wir haben 43 und 1338, das und das hier. Das ist genau das, was wir erwarten würden. Das heißt, was ist passiert? Wir wählen hier quasi für jedes dieser Elemente aus, welche Zeile es sein soll, also welcher erste Index das sein soll. Das ist eine Zeile, das ist eine Zeile, das ist eine Zeile, das ist eine Zeile. Aus diesen wählen wir quasi für jedes einzelne Element aus, was wir gerne hätten. Und zwar einmal nämlich 00, packen das in die Liste und dann hier 22 und packen das in die Liste. So, und bei den Spalten sagen wir, okay, wir hätten ganz gerne 0, 2, packen das in die Liste. Das sind genau dieselben zwei Elemente wie die hier oben. Wir sagen sozusagen, wir hätten ganz gerne, also im Endeffekt ist das dasselbe, wie wenn wir hier sagen, wir hätten ganz gerne npTemp von 0 von 2 in einer Liste, von 0 von 0, sorry, das ist das erste Element hier. Das ist das hier, 0, 0. Dann nehmen wir dasselbe Element, allerdings mit einer 2 hinten. Das ist das 0, 2 hier, das ist das hier. Und dann stecken wir die alle in eine Liste rein. So, das ist diese Listenklammer hier jeweils. Dann nehmen wir uns das Element 2, 2, äh, 2, 0 und dann 2, 2 und packen die auch wieder in eine Liste rein. Also, mit einem Komma hinten dran, ähm, 2, 2 und 2, 0 in der anderen Reihenfolge. Und das alles packen wir auch wieder in eine Liste rein, so wie wir es hier gemacht haben. So, das und das. Das ist im Endeffekt das, was wir hier geschrieben haben, nur in kürzer. Also, das hier ist quasi das längere und das ist die kürzere Schreibweise hier. Wenn wir es also verallgemeinern wollen, wäre das hier A, das hier wäre A, wenn das hier B ist, dann wäre das hier unten B. Wenn das C ist, dann ist das hier C und das ist D, dann ist das hier D. Und wenn wir hier das Ganze auch noch wählen, dann ist E eben hier natürlich und so weiter und so fort. Also, F wäre das und dann haben wir das hier und so weiter und so fort. So, und jetzt natürlich die große Preisfrage, okay, wie kriegen wir das aber mit unserem dreidimensionalen Array hin? Wie können wir jetzt noch eine dritte Dimension und hier anfügen? Nun, ganz einfach, ich kann hier einfach auswählen, was ich ganz gerne hätte. Ich kann hier einfach sagen, okay, dann mache ich halt noch die Z-Achse oder sowas und zwar ebenfalls ein NP-Array und kann hier eben sagen, jo, ich hätte ganz gerne hier 0, 0, 1 und 4 von mir aus und kann das einfach hinten dran packen in diesem Komma. Also, das heißt Komma Z und kann das hier natürlich laufen lassen. Jetzt sind die beiden natürlich nicht mehr gleich, ist klar. So, und was wir hier jetzt bekommen ist 42, 1, 3, 3, 7. Warum bekommen wir 42 und 1, 3, 3, 7? Naja, wir nehmen quasi von der Liste, also von diesem 0, 0, von diesem 0, 2, von diesen beiden Listen, also der hier und der hier, nehmen wir jeweils das 0. Element, weil wir hier zweimal die 0 angegeben haben. Okay, von der nächsten nehmen wir aber das erste und das vierte Element. Das heißt, hier nehmen wir das erste Element, das wäre diese minus 1, 2 hier und das vierte Element, naja, 0, 1, 2, 3, 4, wäre die 24, 2. Das heißt, wir nehmen uns genau diese Elemente, die halt danach kommen. Und jetzt ist völlig egal, wie groß das eigentlich bei euch wird. Also, ihr könnt ein Array haben mit 100 Dimensionen, ihr könnt auf jedes Element genau gleich zugreifen. Ihr könnt einfach hier mit den Kommata arbeiten und jeweils angeben, welches Element aus der jeweiligen Liste ihr ganz gerne hättet. Das macht insofern Sinn, als wenn wir natürlich nicht immer genau wissen oder nicht immer genau mit allen Elementen arbeiten wollen, sondern manchmal auch einfach nur manche rauspicken wollen und dann braucht ihr eben genau das. Gut, das war es von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.